Wieso muss ich denn an der Gasleitung arbeiten? Ich hab doch keine Ahnung. Siehst du, siehst du, ich wusste doch, dass da was schief ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mach ich denn jetzt? Ach du Schande, rufen wir einer schnell die Feuerwehr. Das geht nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe! Was halte ich denn aus hier unten? Das wird ja immer heißer. Kann mich einer raus ohne mir? Was halte ich denn aus hier unten? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020